Du kannst dir nicht vorstellen, wie krass dieser Film dein Leben verändern wird. Was passiert aus dem Leben, wenn man sich auf diese magische Sache namens Liebe mal komplett einlässt? Das siehst du in unserem Kinofilm. What is love? Zieh in dir rein. Du wirst nicht mehr klarkommen. Du wirst nicht mehr drauf klarkommen, wie korrekt eigentlich 99% der Menschheit sind. Denn die Welt ist weitaus geiler als dir bewusst ist. Zieh dir What is love rein. Ab Oktober in den Schweizer Kinos.